ARD Text im Auftrag von Funk Ja Oh Oh Ja Oh Oh Woah Ja, ich trottel, Mann Ah Hat die, hat die Penis oder was? Oh, sorry Das ist doch eher lächerlich, oder? Komm Ist das eine Unterhose, oder was soll das sein? Ah Das wollte ich noch gar nicht Da kackt die gerade, oder kotzt die, oder was macht die? Da Ah Oh, wo bin ich hier? Nein Ah Wo bin ich hier? Hallo Wo bin ich hier? Hallo Kann man mit dem Trecker fahren? Oh, damit kann ich irgendwas verbinden, oder? Platz machen wir Triegelt Na, Gott sei Dank Ah, okay Unterschied Nein Wir sind Ah ein schuss blitz your heart you know I'm going to find you in the end Ach so zurück. sist Fein ist schockt zu gefahren und nicht nur die Welt. Alter, steht der Mann. Wo ist denn jetzt? Wo ist der Tag? Alter, steht der Mann. Blöde Fotze. Was ist das Loch? Was ist das Loch, die kriegen mir gerade hinterher? Ist die gerade gekommen, oder was hat die gemacht? Hallo. Guck mal. Ah! Ich hab mir gerade den Arsch gezeigt. Ich hab mir gerade den Arsch gelegt. 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 also steht diese geräusche irgendwas müssen wir gleich kombinieren weil sonst gibt mir die muni was hier aber das war doch hier rein zu laufen Gott diese schritte das ist wirklich ernst Oh! Oh, Mensch! Ich brauche mal eine kleine Pause von der, damit ich irgendwas herstellen kann. Ich will ja immer nur kuscheln. Jetzt sitzt aber was. Ich hoffe, die meint das nicht ernst. Komm, 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 komm. Wir laufen einfach mal im Kreis. Fuck. Oh! Skashmier. Oh, man. Ja, der Schick ist, der Schick ist da mit euch. Das ist der Nahrungszeit, komm! Ah! Ich habe keinen Sinn, dass ich das nicht mache. Ich habe dich. Ich habe meine Arme. ich habe jetzt keine ahnung was ich gerade gekriegt habe ich glaube flüssige chemikalie irgendwas zum brennen oder ich habe jetzt ein paar ich habe jetzt ein paar Nein, bitte nicht. Hallo? Nein, 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 nein. ja 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 Oh Gott, was ist das shit, ey? Alter, leck mich am Arsch, ey. Das war ganz schön fies. Das war gar nicht schlecht, fürs erste Mal. Wie niedlich war was? Das war ganz schön fies. Ja, läuft da drei Stunden im Kreis, ja und irgendwann freut man sich, stell dir vor, du stirbst, dann war das alles für die Katz. Das war ganz schön fies. Das war ganz schön fies. Das war ganz schön fies. Ich bin hier eben gerade drei Stunden rumgerannt. Ich muss speichern, ansonsten. Oh, alter shit, ey. Regenerados? Das heißt... Am G-Muni? Wie? Also im Klo gucken wir sonst noch mal als erstes nach. Und die könnte ich jetzt mal wieder reinpacken. Ihr Lieben, ich war gestern im Kino, unter anderem mit Fabian. Und wir haben einen, ja, manche möchten sagen, Frauenfilmen geguckt. La La Land mit Ryan Gosling und Emma Stone. Wenn ihr den gucken könnt, dann guckt ihn. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Emotionen auf einmal wie bei dem Film. Ich kann euch den nur empfehlen. Wurde jetzt für 14 Oscars nominiert. Und, ähm, ja. Einfach atemberaubend. Guckt euch den Schweller an. Übrigens auch auf YouTube. Den haben wir auch auf dem Channel. Könnt ihr euch den auch angucken. Wirklich. Der ist richtig stark der Film. Kann ich nur empfehlen. Äh, wo komme ich denn jetzt noch zurück? Okay. Durch den Tunnel, glaub ich, oder? Nein. Doch. Wie gesagt. La La Land. Nur zu Efele. So. Genau. Also. Ja, Jenny, du musst weinen. Du musst weinen. Sonst bist du keine Frau. Doch. Glaub es mir. Sie wird automatisch weinen. Oder lieber hier was zu heilen nehmen, weil... Ja, komm. Ach, ein Krokodil. Ist das süß. Ach, ein Krokodil. wie gesagt. Dass das ist. Also wenn man jetzt hier im Kinder... Also im... Im Kinderzimmer Munition oder so findet, ne? Dann... Weiß ich auch nicht. Okay. My family, my family. Ich kann ja echt schick malen. Also da ist schonmal irgendwas... Da kommt doch gleich was raus, oder? Ja, guck mal, ey. Das ist doch wohl... Okay. Okay. Hm. Da hat doch irgendwas... Ach nee, ne? Jetzt... Oh, na... Ich krieg langsam Nackenschmerzen, weil ich so... ... die ganze Zeit verspannt hier sitze. Äh... Piss mir in die Hosen. Alter, shit. Irgend... Mit ihr? Mit der ganzen Familie? Hallo? Stay away. Boah, Alter, nicht dein Ernst, oder? Ja. Wenn die nicht erschreckt werden. Oh shit. Hey. Oh shit. Das war's für heute. Irgendwas kommt doch jetzt. Oh Gott, I guess this is it. Oh, Alter, shit, ey. Ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, ich hasse Kinder. Ich hasse Kinder, das kann nicht wahr sein jetzt. Oh Gott. Irgendwas lädt gerade. Okay. Oben links. Das seh ich doch. Fick dich doch, ey. Oh fuck! Oh, keine Muni. Kann das nicht mehr sagen. Warum sagt das niemand? Ich hab keine Muni mehr. Ah! Ich dachte, der wär tot. Scheiße, ich hab keine Muni. Kann ich was herstellen? Kann ich da hin? Oh Gott. Kann ich das hin? 22. 23. 24. 29. 30. 30. 41. 32. 32. 33. 33. 31. Und rechts kommt doch jetzt was, oder? Tja, das ist eigentlich Munitionsverschwendung. Aber, soll ich den Kopf abbeißen, oder was? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Telefon klingelt gleich bestimmt. Ah, guck mal hier. Hier haben wir noch Munitionsverschwendung. Hätte ich das nicht sagen können? Rhin. Oh, schade. Wenn die Baseballschläger nehmen, das wäre geil, oder? So, gut. Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fun. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Sie wartet in meinem Wohnwagen. Scheiß Stalkerin, echt. Scheiß Stalkerin. Scheiß Stalkerin. Das ist jetzt ihr ernst, warum ruft sie denn an? Und sie sind zusammengekommen. Sie lassen sie beide gehen. Was haben sie für? Das ist Familie, Ethan. Das ist nicht dein Problem. Entschuldigung? Jetzt, wenn Sie die Hände sind, bitte kommen Sie mal, und ich gebe es Ihnen. Aber nur wenn Sie in ein bisschen... The activity I've put together, just for you. What activity? Oh, 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 I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. Oh, come on now, don't be like that. You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge. In the fridge. Good. So, dann wollen wir mal an dieser Stelle speichern. So, dann? Vielen Dank.